2020 erwarten dich 1124 Fragen in der theoretischen Führerscheinprüfung. Davon werden dann zufällig 20 aus dem Grundstoff und 10 klassenspezifische für dich ausgesucht. Für diese 30 Fragen hast du dann 45 Minuten Zeit. Jede Frage kann zwischen 2 und 5 Fehlerpunkten geben. Die Prüfung gilt dann als nicht bestanden, wenn du mehr als 10 Fehlerpunkte hast oder 2 Fragen mit jeweils 5 Fehlerpunkten falsch beantwortet hast. Der TÜV berechnet zur Zeit für eine Theorieprüfung 22,49 Euro, wobei jede Fahrschule für jede Vorstellung der Prüfung noch einmal zwischen 50 und 80 Euro von dir haben möchte. Um dich auf die Theorieprüfung vorzubereiten, bist du leider auf dich alleine gestellt, da das, was dir im Theorieunterricht beigebracht wird, leider nicht viel mit der theoretischen Prüfung zu tun hat. Auf diesem Kanal findest du alle Antworten zu allen Fragen, die 2020 auf dich warten können. Um keine Videos mit wichtigen Informationen zu verpassen, kannst du den Kanal jetzt hier kostenlos abonnieren. Und wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich unglaublich über ein Like von dir freuen. Du kannst die Videos auch mit deinen Freunden teilen, um ihnen bei ihren Führerscheinen zu helfen. Mein Name ist Philipp Hirschfeld und ich zeige dir alles, was du für die theoretische Prüfung wissen musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im letzten hatten wir ja schon ein paar Verkehrszeichen. Heute geht es weiter mit den Gefahrenzeichen. Daran zu erkennen, dass alle Gefahrenzeichen rot dreieckig und mit der Spitze nach oben aufgestellt sind. Das ist gut zu wissen, denn es gibt ja noch weitere Verkehrszeichengruppen. Und damit du nicht außerdem durcheinander kommst, ist es wichtig, dass du weißt, dass es verschiedene Arten von Verkehrszeichen gibt. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Also natürlich warnt es vor Schleudergefahr und das natürlich auf nasser oder auf verschmutzter Fahrbahn. Das in der Mitte ist natürlich Quatsch. Das hatten wir ja schon im letzten Video mit nur einem Fahrstreifen. Und das hat ja geheißen, dass der rechte Fahrbahn, die rechte Fahrspur verengt wird. Und in dem Fall natürlich beide Fahrspuren. Geschwindigkeit verringern. Ja. Nicht mehr überholen. Vor Erreichen der Verengung immer anhalten. Gut, also das hat jetzt in dem Fall keine konkrete Bedeutung. Aber natürlich tun wir die Geschwindigkeit verringern und werden nicht mehr überholen. Davor anhalten ist natürlich Quatsch. Das hat nichts damit zu tun. Es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Wenn jetzt ein großer LKW entgegenkommt, der schon in der Straße fährt, dann ja. Aber das Verkehrszeichen schreibt uns nicht vor, dass wir hier anhalten müssen. Womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen? Das hatten wir auch im letzten Video. Diesmal haben wir keine Pfeile rechts und links. Und dementsprechend... Mit einer Ausweichstelle in 50 Meter Entfernung. Mit einer verengten Fahrbahn in etwa 50 Meter Entfernung. Mit einer verengten Fahrbahn von 50 Meter Länge. Okay, weil wir rechts und links keine Pfeile haben, beginnt diese Situation in 50 Metern. Hätten wir rechts und links Pfeile im Zusatzzeichen, dann wäre es auf eine Länge von 50 Metern. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Mit Baumaterial auf der Fahrbahn. Ja, natürlich. Das ist einfach ein Gefahrenzeichen, dass hier eine Baustelle ist. Und dementsprechend kann natürlich auch Baumaterial auf der Fahrbahn stehen, liegen. Mit Verkehr von Baustellenfahrzeugen. Ja. Mit Arbeitern auf der Fahrbahn. Ja, ist alles richtig. Also alles, was mit Bauarbeiten zu tun hat. Womit müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen rechnen? Das war eigentlich einfach vor einem Stau. Also in Situationen, das gibt es auch oft auf der Autobahn, auf sogenannten Dauerlichtzeichen. Wechsellichtzeichen, also die, oder Wechsellichtzeichen, die können, ja, sagen wir es sind Displays. Okay. Sagen wir es sind Displays auf der Autobahn und da kann zum Beispiel sowas hier abgebildet sein. Mit plötzlichem Bremsen der Vorausfahrenden. Womit müssen wir rechnen? Ja, ja, auf jeden Fall mit plötzlich Bremsen. Okay. Also das warnt dich ja vor Stau und dementsprechend kann es sein, dass sie plötzlich bremsen. Mit Erweiterung der Fahrbahn auf drei Fahrstreifen. Nein. Mit einem Stau. Ja. Also es geht ja davon dann hinaus. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist eine Ampel. Auf einen Bahnübergang mit rotem Blinklicht. Auf eine Zollstelle. Auf eine Ampel. Also wie gesagt, das ist einfach eine Ampel. Kann zum Beispiel hinter einer Kurve stehen, also die Ampel hinter einer Kurve und vor der Kurve hast du dann dieses Verkehrszeichen. Oder einfach an einer unübersichtlichen Stelle. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Das ist ein Bahnübergang und darunter hast du ein Zusatzzeichen und zwar, wenn du rechts abbiegst, dann kommst du zu diesem Bahnübergang. Auf einen Bahnübergang in der nach rechts führenden Straße. Genau, das stimmt. Auf die Richtung, aus der ein Zug kommen kann. Auf eine Umleitung, die den Bahnübergang umgeht. Nein. Also wie gesagt, Gefahrenzeichen und das bedeutet, wenn du rechts abbiegst, dann kommt gleich ein Bahnübergang. Ah, es geht weiter mit der Bahn. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf einen Bahnübergang in etwa 160 Meter Entfernung. Auf einen Bahnübergang in etwa 240 Meter Entfernung. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 Meter Entfernung. Also aufpassen, im Schienenverkehr stehen diese Barken für jeweils 80 Meter und 80 und 80 sind 160, die Barken gibt es auch dreistreifig oder nur einstreifig. Okay. Und zwei Stück sind dann in dem Fall 160 Meter. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Gut, ich lasse es nicht mal vorlesen. 80 Meter. Dann kommt bestimmt auch noch die dreistreifige. Nein, doch nicht. Das ist das Andreaskreuz. Und das Andreaskreuz sagt dir, dass der Schienenverkehr Vorrang hat. In welchem Fall müssen Sie vor diesem Verkehrszeichen warten, wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt. Genau, das hatten wir ja auch schon mal in einem Video davor. Übrigens rechts oben auf diesem I kommst du dann auf die Playlist. Falls du ein Video verpasst hast, da sind dann alle Videos mit allen Fragen. Wenn sich ein Schienenfahrzeug nähert. Wenn Sie den Übergang nicht überqueren können, ohne auf ihm anhalten zu müssen. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Okay, so eins hatten wir noch nicht. Das ist blau und rund und blau und rund ist ein Geburtszeichen und sagt dir immer, was du tun musst. In dem Fall musst du rechts abbiegen. Das bedeutet, dass du die Geschwindigkeit anpassen musst und dass du natürlich auch das anzeigen musst, das du rechts abbiegen möchtest. Also sprich den Blinker rechts setzen. Sie dürfen nicht nach rechts abbiegen. Sie müssen die Fahrtrichtungsänderung nach rechts anzeigen. Okay, du musst es anzeigen. Sie dürfen nur nach rechts weiterfahren. Das ist auch richtig. Also natürlich dürfen wir nach links weiterfahren und natürlich müssen wir es auch ankündigen. In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren? Okay, ich glaube, es ist geschenkt gerade und rechts. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Sie müssen an Verkehrsinseln rechts vorbeifahren. Ja, das ist richtig. Das gibt es manchmal auf der Straße, wenn so eine Überquerungshilfe für Fußgänger mitten auf der Straße steht. Dann weißt du, dass du an dieser Insel rechts vorbeifahren musst. Sie dürfen vor diesem Zeichen nicht nach links abbiegen. Achtung, wir dürfen vor diesem Zeichen natürlich nach links abbiegen. Okay, also stell dir eine Straße vor, von mir aus eine Kreuzung. Und ja, in der Nähe der Kreuzung ist eine Insel, auf der die Fußgänger warten können, bis der Verkehr, bis kein Verkehr mehr kommt und dann weiterhin die Straße überqueren. Und natürlich dürfen wir vor dieser Insel auch links abbiegen. Aber wir müssen, wenn wir weiterfahren wollen, an dieser Insel rechts dran vorbeifahren. Sie dürfen vor diesem Zeichen nicht nach links abbiegen. Entschuldigung, Entschuldigung. Doch, das stimmt nicht. Dürfen. Sie sind verpflichtet, nach rechts abzubiegen. Nein. Und wie gesagt, abbiegen wäre dieses Verkehrszeichen gewesen. Hier müssen wir abbiegen und hieran wird vorbeigefahren. Jetzt sind die Haken wieder weg. Sie nähern sich einer so gekennzeichneten Haltestelle. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen? Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält. Nein, also wenn schon Kinder in der Nähe sind, dann natürlich nicht. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält. Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit bleiben. Genau. Also grundsätzlich, wenn du Kinder am Fahrbahnrand siehst, die da irgendwie Blödsinn machen oder wenn irgendwas mit Bussen, also wo Leute über die Straße rennen können einfach. Das ist sehr gefährlich. Das ist eine Fußgängerzone. Das habe ich auch im letzten Video erwähnt, wo es um das Thema Vorfahrt ging. Da gab es ja mehrere Ausnahmen, wann die Regel rechts vor links nicht gilt. Und wenn du aus einer Fußgängerzone rausgefahren kommst, also grundsätzlich ist es ja nicht erlaubt, dort drin zu fahren mit dem Auto, sagen wir mal. Aber manchmal gibt es Ausnahmen und wenn du da wieder rauskommst, dann gilt die Regel rechts vor links nicht. Diese Fußgängerzone dürfen sie mit einem Kraftfahrzeug nicht befahren. Das ist richtig. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber normalerweise nicht. In dieser Fußgängerzone dürfen sie mit einem Kraftfahrzeug mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Als Anlieger dürfen sie in dieser Fußgängerzone mit Kraftfahrzeugen fahren. Also grundsätzlich darf sie hier drin nicht fahren. Es gibt eine Ausnahme, da ist dann drunter ein Zusatzzeichen und dann steht da zum Beispiel ja Lieferverkehr frei oder für Medikamente oder ja meistens Lieferverkehr und dann auch eine Uhrzeit oder so. Aber ansonsten nicht. So, jetzt haben wir rund und rot und rund und rot ist gleich Verbot. Womit darf man hier nicht fahren? Mit Kleinkrafträdern Mit Leichtkrafträdern Mit Mofas Das ist das Zeichen für Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, das war echt zu schnell. Das ist das Zeichen für Mofas. Es gibt, es kommt bestimmt gleich noch. Naja, blöd. Habe ich jetzt zu schnell reagiert? Macht nichts, nur zwei Fehlerpunkte. Nee, echt blöd. Gut, da gibt es verschiedene Bilder da drauf. Also es ist ein einspuriges Kraftrad. Das Ganze gibt es noch ein bisschen dicker und dann nochmal dicker. Und das mit dem Mofa habe ich jetzt gar nicht wirklich wahrgenommen. Also das Mofa ist natürlich das kleinste. Dann kommt das Kleinkraftrad und dann kommt das Leichtkraftrad. Das Leichtkraftrad ist, habt ihr vielleicht schon mal gehört, eine 125er. Okay, also so ein A1 Führerschein. Das Kleinkraftrad ist ein Roller, also so ein kleines Ding mit 50 Kubik und 45 kmh Höchstgeschwindigkeit. Und ein Mofa ist halt ja ein Mofa, wo halt so Pedale dran sind und maximal 25 kmh fährt. Ja, das war jetzt dumm. Okay. Und rund und rot ist ein Verbotszeichen und sagt, dass hier in dem Fall keine Mofas fahren dürfen. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Das bedeutet Verbot der Einfahrt. Sie dürfen in diese Straße einfahren. Sie dürfen nicht in diese Straße einfahren. Aus dieser Straße können Fahrzeuge kommen. Ja klar, wir dürfen nicht reinfahren, aber dennoch können aus dieser Straße Fahrzeuge rauskommen. Was haben Sie bei diesem Verkehrszeichen zu beachten? Das ist ein Halteverbot. Das gibt es auch nur mit nur einem Balken. Dann wäre es das eingeschränkte Halteverbot. Aber im Halteverbot ist zu beachten... Sie dürfen halten zum Be- oder Entladen. Nein, das dürfen wir hier nicht. Das wäre nur im eingeschränkten Halteverbot der Fall. Sie dürfen nicht halten. Genau, wir dürfen nicht halten. Sie dürfen halten, um Mitfahrer aussteigen zu lassen. Und das wäre auch nur im eingeschränkten Halteverbot der Fall. Ja, das ist dieses. Eingeschränktes Halteverbot und Halteverbot. Was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt? Das Halten zum Be- oder Entladen sowie zum Ein- oder Aussteigen. Ja. Das Parken, wenn eine Parkscheibe benutzt wird. Achtung, das Parken ist nicht erlaubt. Das Halten ist erlaubt. Und zwar eingeschränkt bis... Das Halten bis zu drei Minuten. Okay, also bis drei Minuten darfst du dort halten, Ein- und Aussteigen und Be- und Entladen ist dort erlaubt. Was ist bei diesem Verkehrszeichen erlaubt? Mit einem Parkschein aus einem Parkscheinautomaten darf hier jeder unbegrenzt parken. Nein, natürlich nur, wenn du den Parkausweis mit der Nummer hast. Das Halten zum Ein- oder Aussteigen für jeden. Schwerbehinderte mit entsprechend nummeriertem Parkausweis dürfen hier parken. Genau, also du darfst natürlich wie üblich Ein- und Aussteigen und Be- und Entladen. Und wenn du diesen Parkausweis hast, als Schwerbehinderter mit dieser Nummer da drauf, die jetzt hier zugedeckt ist, dann darfst du natürlich auch dort parken. Steht ja auch hier auf dem Zusatzzeichen drauf. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Okay, wir haben wieder ein Verbotszeichen. Kleiner Tipp. Steht an Engstellen. Und dieses Verkehrszeichen sagt uns, dass wir in dem Fall, wenn die Straße nicht breit genug ist, warten müssen und der Gegenverkehr zuerst fahren darf. Sie müssen dem Gegenverkehr Vorrang gewähren. Genau, das ist damit gemeint. Sie haben Vorrang vor dem Gegenverkehr. Sie dürfen nicht abbiegen. Okay, also nur Antwort 1 ist richtig. In welche Richtungen dürfen Sie weiterfahren? Nach rechts und nach links. Etwa 80 Meter vor Ihnen hält ein Schulbus auf der Fahrbahn. Können daraus Gefahren entstehen? Nein, weil an jeder Schulbushaltestelle Schülerlotsen den Verkehr sichern. Ja, weil Kinder nicht immer auf kürzestem Weg die Fahrbahn überqueren. Ja, weil Kinder häufig über die Straße rennen, um den Bus noch zu erreichen. Wer darf auf dieser Straße mit einem Kraftfahrzeug fahren? Genau, sowas wäre das zum Beispiel lieferverkehrfrei. Also grundsätzlich darfst du auf einem Gehweg auf gar keinen Fall fahren, auch nicht mit dem Fahrrad. Aber in dem Fall, wenn du einen Lieferschein hast und dann da reinfahren darfst, dann dürfen... Ja, also lieferverkehrfrei, dementsprechend... ...wer Waren liefern muss. Welche Fahrzeuge dürfen den so gekennzeichneten Sonderfahrstreifen benutzen? Total einfach. Auf dem Bild ist ein Bus zu sehen, dementsprechend nur... ...Linienbusse. Nur Linienbusse. Okay, blau und rund, Geburtszeichen. Wenn ein Pfeil nach rechts markiert ist auf diesem Zeichen, darfst du nur rechts abbiegen, nach links, nur links, geradeaus und so weiter, ist da ein Bus drauf zu sehen. Nur Busse. Wer darf in eine so beschilderte Straße einfahren? Also grundsätzlich niemand, aber das Zusatzzeichen erlaubt, dass alle, die ein Anliegen haben, dort reinzufahren, auch reinfahren dürfen. Besucher der Bewohner. Genau, das wäre ein Anliegen. Bewohner. Das wäre auch ein Anliegen. Fahrzeuge im Durchgangsverkehr. Und das wäre kein Anliegen. Also damit ist gemeint, dass du einfach durchfährst, weil es für dich kürzer wäre oder so. Das ist hier nicht erlaubt. Wärst du in der Prüfung da rein, ist die Prüfung übrigens gelaufen für dich. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Das ist nicht ganz so einfach. Und zwar Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge bedeutet dieses Verkehrszeichen. Und es dürfen... PKW, LKW, Motorräder. Also anders wie auf diesem blauen Zeichen darf auf dem hier kein PKW reinfahren. Klar, ist ja auch abgebildet. Aber auch kein LKW. Okay, also nochmal ganz kurz zu der Bedeutung. Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge. Stell dir vor, du fährst mit dem Motorrad durch Schnee. Dann hinterlässt du eine Spur. Fährst du mit dem Auto durch den Schnee, hinterlässt du zwei Spuren. Fährst du mit dem LKW durch den Schnee, hinterlässt du auch zwei Spuren. Also mehrspurig. Okay, Verbot für mehrspurige Kraftfahrzeuge. PKW, LKW, Motorrad natürlich nicht. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? Das ist natürlich einfach... Fahrräder. In dem Fall kein Motorrad. Also da ist nur das Fahrrad richtig. Welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? So, und jetzt sind wir bei dem Thema. Hier hatten wir ja das Mofa. Das ist wesentlich dünner als dieses hier. Moment, wo ist es? Da. Und dann gibt es noch ein Zwischending. Aber das hier ist ein Motorrad. Motorräder. Da dürfen nur keine Motorräder durchfahren. Fahrräder dürfen durchfahren. Mofas dürfen durchfahren. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist doch komplizierter. Und zwar ist es ein Verbot für einspurige Krafträder. Das heißt, wenn dieses Verkehrszeichen angebracht ist, dann dürfen alle Fahrzeuge, die klein, also die, die, ja, kleiner ist das falsche Wort, darunter stehen, also sprich ein Roller oder ein Mofa oder ein Kleinkraftrad, Leichtkraftrad, dürfen dann nicht durchfahren. Verbot für einspurige Krafträder. Kommt bestimmt später nochmal. Worauf weisen diese Verkehrszeichen hin? Keine Pfeile, also natürlich in 100 Metern. Auf das Verbot der Einfahrt in 100 Meter Entfernung. Gott, das ist die einzigste richtige Antwort. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist eine 30-Ger-Zone. Hier beginnt eine Zone mit einer Richtgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Achtung, es ist keine Richtgeschwindigkeit, es ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Hier beginnt eine Zone mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Okay, und die Mindestgeschwindigkeit, die würde auch anders ausschauen, die sieht blau aus. Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten? Höchstparkdauer beachten. Genau, wir haben hier ein Zusatzzeichen mit einer Parkscheibe, zwei Stunden. Dementsprechend darf ich nicht länger als zwei Stunden hier parken. Auf regen Fußgängerverkehr besonders achten? Ja, auf jeden Fall. Mindestgeschwindigkeit von 20 Kilometer pro Stunde einhalten. Also wie gesagt, Mindestgeschwindigkeit wäre dann blau und rund. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Das ist dann natürlich das Ende der 30-Ger-Zone. Suchen wir gleich. Auf das Ende einer Zone mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde. Genau. Darf hier schneller als 60 Kilometer pro Stunde gefahren werden? Ja, natürlich. Und zwar, wenn die Fahrbahn nicht nass ist. Ja, wenn die Fahrbahn nass ist. Ja, wenn die Fahrbahn trocken ist. Okay, wenn sie trocken ist. Also hier steht ja 60 bei Nässe. Und wenn die Fahrbahn nicht nass ist, dann darf ich dementsprechend auch schneller fahren. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen? Sie dürfen nicht schneller als 60 Kilometer pro Stunde fahren. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Rund und blau, Geburtszeichen. Das ist die Mindestgeschwindigkeit. Sie müssen mindestens mit 60 Kilometer pro Stunde fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen. Das ist richtig. Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 60 Kilometer pro Stunde fahren können oder dürfen. Das ist auch richtig. Okay, also einfach merken. Blau und rund, Geburts. Rot und rund, Verbot. Und rot und dreieckig mit der Spitze nach oben ist ein Gefahrenzeichen. Okay, würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben da lässt, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Inau. 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 Und do manyません.